Ja, ich vertrete hier die Region der Wirtschaftsförderung. Das bedeutet, ich vertrete vier Kommunen als Wirtschaftsförderer. Das sind Bad Segeberg, Wahlstedt, Fahnenkuck und Schackendorf. Wir sind so das Wirtschaftszentrum im Nordostkreis Segeberg und ich biete, wie gesagt, verschiedene Dienstleistungen wirtschaftsfördernder Art für die Unternehmen an. Mein Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich alleine arbeite. Ich bin eine One-Man-Show und wir bieten natürlich verkehrsgünstig gelegene Gewerbeflächen zum Beispiel an, in wunderbarer natürlicher Umgebung. Bad Segeberg mit dem See, mit der neuen Seepromenade hat einiges zu bieten, auch an Lebensqualität. Und wie gesagt, günstige Grundstücke, verkehrsgünstig gelegen.